Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal. Kehrsinn, vorher habe ich mit Zemir. Und heute gucken wir uns jetzt CPOP an. Habe ich schon leider nicht mehr gemacht. Ich sehe, dass die schon fast so 10 Millionen Klicks machen hat. Nicht mal eine Woche. Und bin gespannt. Ich denke mal anfangen. Okay. Okay. Ich habe das. Ich habe die Zelle. Ja, jetzt können wir einen Kumbel in die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Ich habe den Gremsen. Ich habe den Galen schon einen Kursarge. Ich habe den Galen gesehen. Ich habe den Galen gesehen. Es ist so schön. Es ist so schön. Das ist so cute. Schöne Stöhnen auch? Schöne Stöhnen auch? So hübsch, so ne schöne Stimme. Das ist ne schöne Stimme. Das ist neum. Das ist neum. Das ist ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Oh, okay. Oh. Oh Liken wir, schreibt gerne auch mal hier zu den Videos in den Kommentaren und falls ihr weitere Vorschläge habt zu CPOP, könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren schreiben. Falls ihr weitere Vorschläge habt, immer her damit. Vergesst nicht zu liken, falls ihr das Video gefallen habt und zu abonnieren für mehr CPOP-Content. Also ich glaube, danke schön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.